Hallo, herzlich willkommen liebe Boster Badegum Fans. Long time no see, ich weiß, aber heute gibt es endlich mal wieder ein neues Video. Und kein langweiliges Video, es geht um etwas ganz besonderes. Ihr könnt heute dreimal ein Produkt gewinnen, welches das neueste auf meinem Merch Shop ist. Beziehungsweise nicht mal dort erhältlich. Dieses Produkt wird direkt von mir aus gesendet, ist in Eigenfinanzierung für euch zur Verfügung gestellt. Es geht um die neue Boster Badegum Tasse im Wert mit Versand von etwa 20 Euro. Und drei von euch werden als glückliche Gewinner vom Feld gehen. Diese Tasse zeige ich euch gleich, aber jetzt erstmal zur nächsten Nachricht. Und zwar ab morgen, dem Freitag, 11.11.2022 bis Mittwoch nächste Woche, dem 16.11. bekommt ihr 20% auf alle Produkte meines Boster Badegum Merch Shops. Hierbei geht es um alle Kollektionen, zum Beispiel die Boster Badegum Loco Kollektion, aber auch Kollektionen wie die X-Mess Kollektion. Und das steht ja jetzt bald an Weihnachten und daher zeige ich euch diese ganz besonders. Wir starten direkt mal rein. Ich stelle euch jedes Produkt einmal kurz vor. Ihr könnt euch ein Bild machen. Und ab morgen, dem 11.11.2022, werdet ihr dann 20% auf alle Produkte bekommen. Also schlagt zu, ich zeige es euch jetzt mal. So liebe Freunde, wir starten mit der Unterschrift Kollektion. Da habe ich vier Produkte reingepackt. Das sind alles samt T-Shirts, einfach als kleiner Fan. Da könnt ihr euch einfach ein T-Shirt snacken. Hier handelt es sich einfach um ein normales T-Shirt, das könnt ihr in verschiedenen Produktfarben hier erwerben. Zum Beispiel eben diese hier. Ist mit einem angenehmen J.Meyer Unterschrift versehen. Da habe ich das für Männer. Dann in Atmungsaktiv noch, falls man Sport betreiben möchte. Für Frauen genau eben so. Das gleiche Prinzip. Da könnt ihr euch jeweils hier die Farbe einfach aussuchen. Ist wirklich ein tolles Ding. Und sehr schlicht gehalten. Es geht direkt weiter mit dem BDB Design. Hier haben wir einige Produkte. Einfach ein großes BDB für Boss der Badegaben abgebildet. Es handelt sich hier um Accessoires. Vor allem Tassen, Kissen und Dinge, die man einfach mal so braucht kann. Eine Flasche oder ein Thermosbecher. Den finde ich persönlich sehr cool. Einfach ein schlichtes Logo drauf. Und gibt es hier in dieser Farbe nur. Schwarz, Weiß, starker Kontrast. Einfach cool anzusehen. Kann man mal kaufen. Wer ein bisschen Spaß haben möchte oder etwas zum Kuscheln, der kann sich hier den Teddy holen, der auf beiden Seiten BDB Logo abgedruckt hat. Vorne und hinten. Die Preise seht ihr jeweils im Shop, wenn ihr dort diesen Artikel aufruft. Jetzt kommen wir zum großen BDB Schriftzug. Das habe ich draufgepackt auf ein schönes Kissen mit den Maßen 45 auf 45 cm, eine Kochschürze und einen Tourenbeutel. Ich finde einfach auf diese Produkte passt es am besten drauf. Und so ist es am individuellsten für euch angepasst. Der Tourenbeutel ist auch ganz nice. Den könnt ihr euch in vielen verschiedenen Farben holen. Hier Babyblau. Schwarz, da sieht man das Logo kaum. Rot passt gut, finde ich. Das geht immer. Und auch das sieht modisch aus. Also, je nach Belieben könnt ihr das bestellen. Die Schürze zeige ich euch natürlich noch kurz. Einfach hier. Schöne Schürze, ganz normal. Hier mit einer Schlinge für den Hals. Ganz normale Schürze, einfach mit einem nice Logo drauf. Damit ihr immer beim Kochen an Boss der Badegum denken könnt. Das Kissen genauso, ganz schlicht. Einfach schönes Merch. Bei diesen Accessoires habe ich vergessen zu sagen, dass sie auf beiden Seiten bedruckt sind. Das heißt, wenn ihr euch das Kissen hier anschaut, seht ihr, vorne und hinten ist das Ganze bedruckt. Ich zeige es euch. Vorne und hinten bedruckt. Genauso bei den anderen Dingen. Den Teddy habe ich euch schon erklärt. Hier auch bei dieser Tasse ist es eben vorne und hinten bedruckt. Also beidseitig. Einfach nice. Jetzt kommt der BDB Schriftzug. Der neueste der Art. Hier haben wir auf der Vorderseite ganz normal ein kleines BDB Logo. Habe ich mir gedacht, das ist für Pullover und Goodies sehr gut geeignet. Auch für T-Shirts. Vorne haben wir das kleine BDB Logo. Einfach schlicht, damit es nicht zu sehr auffällt und nicht zu sehr in den Vordergrund kommt. Und hinten dann BDB. Also hier Boss der Badegum. Komplett ausgeschrieben. Das Ganze zeige ich euch jetzt mal anhand von einem weißen T-Shirt. Finde ich irgendwie richtig nice. Diese Farbe ist auch richtig cool. Von dem Pulli. Und hinten habt ihr einfach hier Boss der Badegum drauf. Ich finde es richtig nice. Hat eine große Fläche. Und ihr könnt es euch gerne zulegen. 20% Rabatt. Da spart ihr ordentlich was. Bei den Hoodies vor allem. Natürlich auch für Frauen was dabei. Hier schlicht einfach vorne BDB. Hinten Boss der Badegum. Im Shop könnt ihr euch alles ansehen. Auch die dazugehörigen Preise. Und ihr spart natürlich bei jedem Produkt 20% Rabatt. Jetzt haben wir hier dieses selbe Logo. Aber auf der Vorderseite von den Produkten. Das habe ich auch bei T-Shirts drauf gepackt. Hier seht ihr das Ganze. Nice, nice, nice. Das werde ich mir selbst auch noch zulegen. Ich habe ja das alte Logo. Dann haben wir hier Premium Hoodie mit vorne. Angenehme Größe wie ich finde. Natürlich alles individuell gestaltet. Je nach Produkt individuell das Logo dort angepasst. Auch für Frauen ein coolen Hoodie. Die Farben könnt ihr euch immer individuell anpassen. Ob ihr es hier in einem Türkis möchtet. Schwarz geht auch noch. Anthrazit oder einem Weinrot. Weiß geht immer könnte man sagen. Aber sowas hier ist auch schlicht und angenehm. Hier noch ein paar weitere Produkte. Zeige ich euch nur kurz. Und die Kochschwürze auch mit diesem Design. Hier haben wir noch mal ein paar andere Produkte mit dem BDB Schriftzug aufgepackt. Das ist einfach ein bisschen schlichter noch gefasst und für andere Produkte. Könnt ihr hier auch sehen. Gerade das Kontrast T-Shirt mit zwei Farben finde ich richtig cool. Könnt ihr euch gerne zulegen. Ja, kann man natürlich auch in verschiedenen Farbvariationen holen. Ich fand jetzt einfach Orange Weiß die coolste. Aber Freunde, jetzt kommen wir zur X-Mass Kollektion. Diese ist jetzt passend zur Jahreszeit für Weihnachten vorgestimmt. Wir haben hier einige Produkte von mir persönlich ausgewählt, die zu diesem Logo passen. Da habe ich auch wieder an Weihnachten etwas gedacht und dachte mir hier so eine Tasse. Ich weiß nicht, wie man diese ausspricht. E-Mail-Tasse. Aber sie sieht einfach mega aus. Könnt ihr euch hier reinziehen. Mit dieser schönen Batergabe, eine Weihnachtsmütze und Mistletoes. Einfach Nistelzweige hier dabei. Sieht cool aus. Und dieses Bild bekommt ihr hier bei diesen verschiedenen Produkten dazu. Zum Beispiel dem Männer Premium T-Shirt. Produktfarbe, ihr wisst Bescheid. Könnt ihr euch im Shop einfach durchklicken. Link ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Premium Hoodie, Kontrast Hoodie, Unisex Hoodie, Basketball Hoodie und Pullover haben wir. Dann kommen wir zu den Frauen. Auch T-Shirt dabei mit gerollten Ärmeln. Auch beliebt bei Damen. Und dann hier wieder ein Premium Hoodie. Aber diesmal für Frauen natürlich. Das Logo passt einfach sehr gut dazu. Man kann natürlich für Weihnachten auch andere Farben nehmen. Die etwas stimmiger dann sind. Da würde vielleicht diese hier ganz angenehm sein. Wie man das eben möchte. Auch diese hier ist sehr angenehm. Und etwas liebevoll, könnte man sagen. Drückt sie aus. Das ist dann für Weihnachten auch angenehm. So, hier handelt es sich um Kinder Premium Hoodie. Auch wer an Weihnachten gerne kochen möchte, der sieht hier eine schöne Schürze mal wieder. Mit diesem Logo jederzeit. Da kann man sich auch frei entscheiden. Ist einfach eine angenehme Sache. Kissen, geschlafen wird immer. Mit Kissen ist es angenehmer. Hast du ein Wartigammer auf deinem Kissen, da kannst du auch noch gut einschlafen. Tourenbeutel, bam, da ist er. Genauso ein Stoffbeutel zum Shoppen gehen. Oder Dinge einfach transportieren. Wie ihr seht, alles dabei. Ihr könnt euch auch hier einfach einen Sticker zulegen. Der sieht so aus. Den könnt ihr euch dann irgendwo hinkleben. Angenehme Sache. So Freunde, das war's mit den Produkten. Es sind nicht allzu viele, aber ihr habt immer freie Auswahl an den Farben. Damit ihr nicht überfordert werdet, habe ich das Ganze ein bisschen schlicht gehalten und auch nicht zu viele Produkte mit eingebunden. So Freunde, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Shoppen mit den Boster Badegum Kollektionen. 20% bekommt ihr auf jedes Produkt, das ich euch jetzt gezeigt habe. Es ist also eine sehr lohnenswerte Aktion für euch. Und jetzt kommt noch beim Gewinnspiel. Macht dort gerne mit. Ich zeige euch jetzt mal die neue Boster Badegum Tasse, die ihr nur bei mir selbst erwerben könnt. Da ist sie. Bam Leute, hier habt ihr sie. Die Boster Badegum Tasse. Logo drumrum, ringsrum. Ihr seht hier auch j.meier, meine Unterschrift. Jetzt ist es gespiegelt. Genau, so rum könnt ihr es sehen. Auch auf der anderen Seite, da ist es. Alles Wichtige draufgepackt, schön mit Flamme, damit das auch schön Zunder hat. Auch an Weihnachten gerade top geschenkt, wenn ihr diese hier gewinnen möchtet. Im Wert von 20€ ungefähr mit Versand. Also lasst dem Video einfach einen Like da. Kommentiert unter diesem Video, dass ihr diese Tasse auch gewinnen möchtet. Und vielleicht schreibt ihr auch mal rein, welches der Merchprodukte euch persönlich am meisten zusagt. Oder welches ihr euch vielleicht zulegen werdet. So, also einfach Kommentar da lassen, dass ihr diese Tasse auch gewinnen möchtet. Liken und den Kanal abonnieren. Das sind noch Voraussetzungen, um zu gewinnen. Diese Tasse wird nicht nur einmal an euch gehen. Nicht zweimal, sondern gleich dreimal. Da lasse ich mich nicht lumpen. Und ihr werdet drei glückliche Gewinner sein. Alle anderen werden auch Gewinner sein, indem sie eben 20% sparen können bei dem Merch-Shop. So kann jeder dieses Jahr glücklich beenden. Die Boss der Badegarm Community hält zusammen. So wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen und viel Glück beim Gewinnspiel. Wir sehen uns dann im nächsten Video bei Boss der Badegarm. Macht's gut, eine schöne Woche für euch. Genießt den Winter. Ciao.